Das Video hat Anonymous auf YouTube veröffentlicht. US-Behörden haben den Filehoster Mega-Upload geschlossen. Anonymous hat mit massiven DOS-Attacken reagiert. Auf Twitter hat Anonymous verkündet, dass dies der größte Angriff von Anonymous überhaupt sei. Der Tweet ist inzwischen allerdings verschwunden. Mit der OP Mega-Upload wurden innerhalb von 20 Minuten 10 Webseiten lahmgelegt, darunter die des US-Justizministeriums. Der Real-Time-Web-Monitor des CDN-Anbieters Akamai errechnete 24% mehr Angriffe als üblich, wohingegen der normale Web-Traffic zwischen 11 und 13% über dem normalen Niveau liegt. Am gestrigen Donnerstag wurde in acht weiteren Ländern außerhalb der USA der Filehoster Mega-Upload geschlossen und vier von sieben Angeklagten festgenommen. Kim Schmitz, der sich inzwischen Kim.com nennt, stammt aus Deutschland. Er sei auch bekannt als Kim Tim Jim Vestor, erklärte das US-Justizministerium. 175 Millionen US-Dollar sollen mit Mega-Upload verdient worden sein. Und ein vermeintlicher Schaden von 500 US-Dollar entstanden sein. Im Rahmen von über 20 Hausdurchsuchungen in acht weiteren Ländern wurde Besitz im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Den Angeklagten droht bis zu 20 Jahren Haft. In dem Video bezeichnet Anonymous die für die Schließung Verantwortlichen als korrupt. Am 19. Januar 2012 wurde eine populäre Sharing-Webseite namens Mega-Upload geschlossen. Wir waren nicht zögerlich und haben schnell reagiert. Denn man werde nicht zusehen, wie Gesetze wie PIPA und SOPA verabschiedet werden.